Hallo ihr Lieben, heute geht es um das Spiel Minotaurus aus dem Hause Lego. Dafür solltet ihr zwei bis vier Spieler sein. Ihr solltet sieben Jahre alt sein und eine Runde kann bis zu 30 Minuten dauern. Zähl des Spiels ist es, eine gewisse Anzahl seiner Helden aufs Zielfeld zu bringen. Dies gelenkt euch, indem ihr eine Augenzahl würfelt und einen beliebigen Spieler diese Augenzahl ziehen lasst. Genau, sollte es der Fall sein, dass ihr ein Grausplättchen würfelt, dürft ihr entweder vom Spielrand oder auch vom Spielfeld selbst eine Barrikade bewegen, wohin auch immer ihr wollt und solltet ihr das schwarze Plättchen erwiffelt haben, zieht der Minotaurus um acht Felder eurer Wahl. Trifft ihr dabei auf einen Mitspieler, kommt er direkt zurück auf sein Startfeld.